Die Megacity der Zukunft. Traum oder Albtraum? Die Städte der Welt wachsen mit rasender Geschwindigkeit und mit ihnen ihre Probleme. Können neue Technologien sie lösen? Schon heute droht den überfüllten und verschmutzten Megametropolen der Kollaps. Etwas muss geschehen, und zwar schnell. Der amerikanische Wissenschaftler Dan Cammon erklärt, welche Technologien die Zukunft unserer Städte verändern könnten. In der heutigen Folge geht es um die Energieversorgung. Städte brauchen eine zuverlässige, sichere und saubere Energiequelle, sonst können sie nicht funktionieren. Am Beispiel der Modellstadt Ecopolis vergleicht Dan Cammon innovative Technologien. Wir haben nur noch wenig Zeit, die richtigen Technologien zu entwickeln. Wir müssen jetzt anfangen. Diese Technologien könnten unsere Zukunft revolutionieren und die Städte der Erde vor einer möglichen Katastrophe bewahren. Ecopolis. Megacity der Zukunft mit 18 Millionen Einwohnern. Hochrechnungen zufolge werden 2050 75 Prozent aller Menschen in solchen Städten leben. Sie werden dreimal so viel Energie verbrauchen wie wir heute und fünfmal so viel Kohlendioxid-Emissionen produzieren. Die Folgen für die Umwelt wären katastrophal. Deshalb suchen Wissenschaftler mit Hochdruck nach Lösungen für eine saubere und nachhaltige Energieversorgung. Die Städte der Zukunft könnten bedingt durch Einwohnerzahl und Technik einen fünf- bis zehnmal höheren Energiebedarf haben als wir. Es wird sehr schwer sein, ihn zu decken. Dan Cammon und sein Team vergleichen vier Technologien, die von engagierten Wissenschaftlern und Ingenieuren entwickelt wurden. Das nachhaltigste Konzept zur Lösung des Energieproblems wird ausgezeichnet. Die Verbrennung fossiler Brennstoffe ist der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen. Mit Kernenergie lässt sich zwar Strom produzieren, ohne Kohlendioxid freizusetzen, doch spätestens seit dem Reaktorunfall in Tschernobyl ist der Einsatz von Kernkraftwerken stark umstritten. Bei Atomkraftwerken haben wir das Problem der Kernschmelzgefahr. Eine Kernschmelze ist kein kleiner Unfall, sondern ein gewaltiges Ereignis, das ganze Städte und Länder verändern kann. Es ist ein Riesenproblem, das wir in den Griff bekommen müssen. Inzwischen gibt es eine kühne Technologie, die sich die Macht des Atoms auf sichere Art und Weise nutzbar machen will. Vorbild ist die Energiequelle der Sonne und der Sterne. Mit nur minimalen Mengen Treibstoff sollen ungeheure Mengen Energie erzeugt werden. Professor Chris Llewellyn-Smith leitet ein milliardenschweres Experiment, das aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen befreien soll. Ich bin, was die Zukunft der Erde betrifft, viel glücklicher, seit ich weiß, dass es die Option der Kernfusion gibt. Wissenschaftler und Energieexperten träumen seit 50 Jahren von der Kernfusion als unerschöpflicher Energiequelle. Es ist derselbe Prozess wie der, aus dem die Sonne, wie alle anderen Sterne, die von ihr abgestrahlte Energie gewinnt. Die Frage ist nur, ob wir Menschen dieses Wunder des Universums auf der Erde reproduzieren können. Verschiedene Technologien und Systeme müssen gleichzeitig und zuverlässig funktionieren. Im englischen Oxfordshire wird der Jet betrieben. Eine europäische Gemeinschaftsanlage zur Entwicklung von Kernfusionsreaktoren des Typs Tokamak. So sieht ein Tokamak von innen aus. Der Jet gilt als das größte und bedeutsamste Fusionsexperiment der Welt. In diesem Donut-förmigen Plasmagefäß soll nach dem Vorbild der Sterne Energie erzeugt werden. Im Inneren der Sterne verbrennt Wasserstoff in gigantischen Fusionsreaktionen. Um eine solche Fusion im Labor zu reproduzieren, brauchen Forscher Wasserstoffarten, die leicht verschmelzen. Unter irdischen Bedingungen sind das Deuterium und Tritium. Glücklicherweise sind diese Fusionsbrennstoffe auf der Erde gleichmäßig verteilt. Tritium kann aus Lithium gebildet werden, ein häufiges Leichtmetall, das in Batterien verwendet wird. Und Deuterium ist reichlich im Meerwasser vorhanden. Nuklearwissenschaftler Dr. Mark Berskins ist zuversichtlich, dass sie unseren zukünftigen Energiebedarf decken können. Nehmen Sie das Lithium einer Laptop-Batterie, das sind rund 6 Gramm, und produzieren Sie daraus Tritium. Dieses Tritium verbinden Sie mit so viel Deuterium, wie Sie aus einer Badewanne voller Wasser bekommen. Jetzt haben Sie genug Energie, um eine Person ein Leben lang mit Strom zu versorgen. Man bräuchte also keine allzu große Menge dieser Grundzutaten, um eine Stadt wie Ecopolis mit Strom zu versorgen. Und man hätte deutlich weniger radioaktiven Abfall als bei der konventionellen Kernspaltung. In einer Fusionsanlage entsteht Atommüll, der nur für kurze Zeit radioaktiv ist. Doch eine Kernfusion ist ein höchst komplizierter Vorgang. Die Sonne ist ein gigantischer Fusionsreaktor. Sie besteht aus Plasma, einem elektrisch aufgeladenen Gas. Der größte Teil davon ist Wasserstoff. Im Inneren der Sonne ballen sich unter der Wirkung der Gravitation riesige Atomwolken zusammen. Mit dem Druck zunehmender Dichte steigt die Temperatur auf 15 Millionen Grad Celsius. Die umherrasenden Wasserstoffkerne prallen aufeinander und verschmelzen zu einem Heliumkern. Dabei werden ungeheure Mengen Energie frei. Diese Fusion funktioniert nur unter dem technisch nicht reproduzierbaren Druck, der im Sterneninneren herrscht. Im irdischen Reaktor, dem Tokamak, wird stattdessen die Temperatur gesteigert. Um die Fusionsreaktion in Gang zu setzen, müssen im Tokamak unvorstellbare 150 Millionen Grad Celsius herrschen. Zehnmal heißer als der Sonnenkern. Hier im Jet haben wir die höchste Temperatur des Sonnensystems. Diese extremen Temperaturen aufrecht zu erhalten, war eine große Herausforderung für die Wissenschaftler. Sie mussten dafür sorgen, dass das Plasma sich nicht bis zur Reaktorwand ausbreitet. Bei einem solchen Kontakt würde sich das Gas sofort abkühlen. Und das wäre das Ende der Fusionsreaktion. Dieses Plasma hier ist nur rund 1000 Grad Celsius heiß, weil die Plasmateilchen an die Wand stoßen und dabei abkühlen. Zur Lösung des Problems bedienten sich die Wissenschaftler eines physikalischen Phänomens, Magnetismus. Ich kann das Magnetfeld beliebig formen. Wenn man es richtig macht, verläuft es entlang der Röhre und hält die Plasmateilchen von der Wand fern. So kontrollieren wir das Plasma im Fusionsreaktor. Im Tokamak wird das heiße Plasma in einen Magnetfeldkäfig eingeschlossen und so von den Wänden der Kammer ferngehalten. Auf diese Weise lässt sich die für die Fusion notwendige Temperatur aufrechterhalten. Doch die Wissenschaftler sind noch nicht am Ziel. Die Betriebsweise des Reaktors muss weiter optimiert werden. Sie überwachen den Vorgang vom Kontrollraum aus. Es ist so, als ob man in einen Stern hineinschaut. Das Schauspiel beginnt. Das Wasserstoffgas wird eingeleitet und aufgeheizt, bis es sich in seine Kerne und Elektronen zerlegt. In diesem superheißen Plasma rasen die Atomkerne um die Magnetfeldlinien herum, stoßen gegeneinander und verbinden sich zu Helium, genau wie in der Sonne. Und setzen dabei eine ungeheure Menge Energie frei. Damit ist der Zeitpunkt näher gerückt, an dem die Energiequelle der Sonne hier auf Erden nutzbar gemacht werden kann. Doch der Griff nach den Sternen ist noch nicht ganz gelungen. Denn es gibt einen Haken. Nach wenigen Sekunden ist der Zauber vorbei. Die Magnetspulen des Tokamak sind einer immensen Belastung ausgesetzt. Sie müssen gekühlt werden, damit sie nicht zu heiß werden. Sonst könnten sie schmelzen. Der Jet Tokamak ist bislang maximal 20 Sekunden in Betrieb und setzt deshalb weniger Energie frei, als für die Erhitzung des Plasmas benötigt wird. Die Rechnung geht also noch nicht auf. Bisher hat der Jet 16 Millionen Watt Energie produziert und rund 25 Millionen Watt dabei verbraucht. Doch ein leistungsfähigerer Nachfolger ist schon in Planung. Der Versuchsreaktor namens ITER ist ein internationales Forschungsprojekt, dessen Bau und Betrieb auf mindestens 10 Milliarden Euro veranschlagt werden. Der ITER wird andere Magnetspulen verwenden, die weniger Energie verbrauchen. In der nächsten Anlage werden wir supraleitende Magnetspulen verwenden, die nicht überhitzen und nicht gekühlt werden müssen. So erreichen wir längere Pulslängen als im Jet. ITER soll dadurch 10 Mal so viel Energie erzeugen können, wie er benötigt, um das Plasma zu erhitzen. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte schon 2050 durch Kernfusion Strom erzeugt werden. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir in ungefähr 30 Jahren Strom ans Netz liefern werden. Ist Fusionsenergie die beste Lösung für die Städte der Zukunft? Dan Kamen wird sich noch mit drei weiteren Technologien beschäftigen, bevor er sich für das überzeugendste Konzept zur alternativen Energiegewinnung entscheidet. Dazu wertet er die Daten aus, die ihm seine Mitarbeiter liefern. Sie ermitteln die Auswirkung aller Technologien auf die Kohlendioxidbilanz der Modellstadt Ecopolis. Wie wird die Kernfusion als erster Kandidat abschneiden? Das Ergebnis könnte auf den ersten Blick nicht besser sein. Bei dieser Art der Energieerzeugung würde keinerlei CO2 mehr durch Stromverbrauch entstehen. Allerdings ist die Fusionsforschung noch nicht so weit. Die Entwicklung dieser Technologie wird noch geraum mit Zeit in Anspruch nehmen, bevor sich tatsächlich Strom damit gewinnen lässt. Die zentrale Frage bei der Kernfusion ist die der Machbarkeit. Nutzen und Risiko sind immens. Wenn sie funktioniert, hat sie viele Vorteile. Wenn wir viel Zeit und Geld investieren und sie funktioniert nicht, sind wir aufgeschmissen. Doch auch wenn es einen Durchbruch in der Forschung geben sollte, hat Cammon noch Bedenken. In unsicheren Zeiten ist es riskant, von einer zentralen Stromversorgung abhängig zu sein. Je größer die Städte werden, desto länger und störanfälliger werden die Versorgungswege. Wenn etwas passiert, gehen alle Lichter aus. Das kann bei der nächsten Idee nicht passieren. Hier gibt es keine Versorgungswege. Diese Technologie schwebt gewissermaßen über den Dächern der Stadt. Ein Minikraftwerk für jedes einzelne Haus, inspiriert durch die Magnetschwebebahn. Windkraft. Die Menschen machen sie sich schon seit Jahrtausenden zunutze. In städtischen Gebieten werden die Winde allerdings durch die dichte Bebauung behindert. Zudem haben klassische Windräder einen großen Platzbedarf. Deshalb gibt es sie fast ausschließlich auf dem Land. Der Kanadier Jim Rowan will das ändern. Der Ingenieur für Radartechnik hat sich der Windkraft zugewandt und will die Dächer der Stadt nutzen, um Wind in Energie zu verwandeln. Jeder hat ein Dach und jedes Dach kann mit einer Windturbine ausgestattet werden. Auf diese Weise könnten wir unglaublich viel Energie gewinnen. Viele Experten sind der Ansicht, dass die Windverhältnisse in städtischen Gebieten für Windkraft ungeeignet sind. Doch Jim Rowan war sicher, das Problem lösen zu können. Als erstes simulierte er die Windströmung um die Häuser. Dieses Experiment demonstriert den sogenannten Dacheffekt. Der Wind weht nicht um das Haus herum, sondern über das Dach hinweg. Zu wenig Wind gibt es auf dem Dachfürst also nicht. Dafür aber Windwirbel, die den Wind in verschiedene Richtungen wehen lassen. Auch flache Dächer haben diesen Effekt. Konventionelle Windturbinen haben Schwierigkeiten mit solchen Turbulenzen. Das Dach verursacht Turbulenzen. Wenn der Wind aus mehr als einer Richtung auf die Turbine trifft, blockiert sie und funktioniert nicht. Jim Rowan erkannte, dass sich herkömmliche Modelle nicht für seine Zwecke eigneten und beschloss, ganz von vorne anzufangen. Eines Nachmittags, als wir einen Entwurf nach dem anderen machten, kam uns die Idee für die Form. Es war wie eine Eingebung. Die neue Windturbine ist ein sogenannter Vertikalachsenrotor, bei dem sich die Rotorblätter horizontal drehen. Sie nimmt den Wind aus allen Richtungen auf, auch bei geringeren Stärken. Die Windgeschwindigkeit beträgt nur etwas über zwei Stundenkilometer. Es funktioniert auch, wenn er aus allen Richtungen gleichzeitig kommt. Der Prototyp der Turbine soll jeden Windhauch nutzen. Jim Rowan hat ein Testmodell gebaut, das sich im täglichen Einsatz bewähren und Doug Fowler und seine Familie mit ausreichend Energie versorgen soll. Wir zahlen den gewerblichen Strompreis, weil wir so viel verbrauchen wie vier Häuser. Überall wird immer mehr Technik eingesetzt. Deshalb soll sich der Stromverbrauch bis 2050 mehr als verdoppeln. Den Strombedarf der Fowlers zu decken, wird allerdings nicht einfach sein, weil hier nur ein laues Lüftchen weht. Auf Dachs Dach setzen wir eine große Schaufelform, die auch bei minimalem Windstrom erzeugt. Wenn wir an einem ungünstigen Aufstellungsort zuverlässig 5 Kilowatt Strom erzeugen können, sollte es an günstigeren Aufstellungsorten erst recht funktionieren. Doch wenn die Windturbine besonders groß ist, produziert sie entsprechende Geräusche und Vibrationen. Eine weitere Herausforderung für den Erfinder. Das Problem einer Windturbine auf dem Dach ist die Vibration. Sie kann das Dach einstürzen lassen. Jim Rohns Projekt drohte das aus. Bis ihm schließlich die rettende Idee kam. Er erinnerte sich an den Deutschen Transrapid. Eine Magnetschwebebahn, die auf der Basis von magnetischer Anziehung funktioniert. Wenn man einen Zug in der Schwebe halten kann, sollte es auch mit anderen Dingen möglich sein. Wir versuchten also, diese Technik bei unserer Windturbine anzuwenden. Magnetschwebebahnen werden von großen Magneten in der Spur gehalten. Ein elegantes Design, das auf simplen Prinzipien beruht. Jeder Magnet hat zwei Pole. Entgegengesetzte Pole ziehen sich an. Gleiche Pole stoßen sich ab. Jim Rohns Windturbinen nutzen die Kraft der Abstoßung. Je näher sich zwei gleiche Pole kommen, desto stärker wird die Kraftwirkung des magnetischen Feldes. In diesem Experiment ist sie so stark, dass die mit fünf Menschen beladene Turbinenplattform in der Schwebe gehalten wird. Da es keine Reibung gibt, lassen sich Vibration und Geräusche erheblich reduzieren. Der Tag der Installation. Die verschiedenen Bauteile werden auf das Dach montiert. Jim Rohn liefert die Testturbine persönlich. Ein Kran befördert das Windrad auf das Scheunendach. Die Turbine wird eingesetzt und beginnt sich zu drehen. Es funktioniert. Die Windturbine schwebt über dem Dach. Es dürfte also praktisch keine Vibrationen geben. Die Einsturzgefahr ist damit gebannt. Die vom Wind angetriebenen Rotorblätter erzeugen Energie. Doch wie wird diese Energie in Strom verwandelt? Auch hier ist wieder Magnetkraft im Spiel. Am äußeren Rand des Rotorfußes sind Magneten angebracht. Innen befinden sich Kupferspulen. Durch die Drehung des Rotors bewegen sich die Magneten an den Kupferspulen vorbei. Dabei wird Elektrizität erzeugt. Die Frage ist nur, wie viel diese Windturbine erzeugen kann. Das bleibt abzuwarten. Jim Rohn ist aber jetzt schon sicher, dass sich diese Form der Stromerzeugung durchsetzen wird. Ich würde gerne auf jedem Dach eine Windturbine sehen. So könnten die Menschen überall Energie erzeugen. Platz gibt es reichlich auf den Dächern einer Stadt. Würde es sich lohnen, ihn für Windenergie zu nutzen? Energieexperte Dan Cammon wertet die Zahlen aus. Sein Fazit? Keine Verbesserung der CO2-Bilanz. Der Einsatz von Dach-Windturbinen würde den CO2-Ausstoß der Modellstadt Ecopolis um nicht mal ein Prozent reduzieren. Diese Technologie hat schlecht abgeschnitten. Das wundert mich nicht. Städte sind eben nicht die besten Aufstellungsorte für Windkraftanlagen. Doch an den richtigen Orten aufgestellt, lässt sich mit solchen Windturbinen viel Energie erzeugen. Davon ist der Wissenschaftler überzeugt. Es wäre interessant, dieses Modell für größere Höhen auszulegen, weil die Windressourcen ganz weit oben ergiebiger sind. Er ist nicht der Einzige, der so denkt. Immer mehr Entwickler von Windkraftanlagen wollen hoch hinaus, um den energiereichen Höhenwind zu ernten. Ohne eine zuverlässige, nachhaltige Energiequelle können die Städte der Zukunft mit 20 Millionen Einwohnern nicht existieren. Es gibt eine verlässliche, unerschöpfliche Quelle umweltfreundlicher Energie. Die Sonne. Unsere Nachbarin im All. 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Ihre Energie wird uns noch rund 5 Milliarden Jahre zur Verfügung stehen. Und wir könnten sie mit einem futuristisch anmutenden Gerät einfangen. Dieser Mann glaubt zu wissen, wie wir genügend Energie für alle Städte der Welt bekommen können. Jetzt und in Zukunft. John Lassick aus Australien ist ein leidenschaftlicher Anhänger der Photovoltaik-Technologie, die die Energie der Sonne in saubere elektrische Energie umwandelt. In jahrzehntelanger Forschung versuchte er, die optimale Solarzelle zu entwickeln. Unsere Modulentwicklung begann mit dieser kleinen Solarzelle. Sie entstand vor 20 Jahren in meiner Garage und erzeugte ungefähr 7 Watt bei einem halben Volt. Mit 7 Watt lässt sich höchstens eine Energiesparlampe betreiben. Doch für John Lassick war das der Anfang einer erfolgreichen Arbeit. Australien ist eine großartige Sonnenquelle. 80 Prozent des Landes sind Wüsten mit reichlich Sonneneinstrahlung. Ähnlich wie in den Wüsten Nordafrikas gibt es auch in Australien mehr als genug Sonnenenergie, um die ganze Welt mit Strom zu versorgen. Und Solarzellen sind bereits vielfach erprobt. Warum werden sie dann nicht im ganzen Land flächendeckend eingesetzt? Auf jedem Dach und an jeder Hauswand? Ganz einfach. Konventionelle Solarzellen werden aus teurem Silizium hergestellt, sind also nicht gerade kostengünstig. Außerdem geht fast 90 Prozent der einfallenden Sonnenenergie verloren. Die Effizienz ist mit ungefähr 10 Prozent ziemlich niedrig. Kohlekraftwerke haben dagegen eine Effizienz von 25 bis 35 Prozent. John Lassick brauchte nicht lange, um zu erkennen, dass er das Sonnenlicht bündeln musste, um mit weniger Solarzellen mehr Energie erzeugen zu können. Sonnenstrahlen lassen sich am besten mit Hilfe eines Spiegels konzentrieren. Das ist ein maßstabsgetreues Modell einer sogenannten Konzentratoreinheit. Diese gekrümmten Spiegel reflektieren alles einfallende Licht auf dem Empfänger dort oben. In dem Empfänger befinden sich Solarzellen, die diese intensive Energie gleich in Elektrizität umwandeln. In Originalgröße ist die Konzentratoreinheit 14 Meter hoch und besteht aus 112 gewölbten Spiegeln. Sie werden dem Lauf der Sonne nachgeführt und fokussieren das gebündelte Sonnenlicht auf ein kleines Solarzellenquadrat. Doch das sind keine gewöhnlichen Solarzellen. John Lassick wollte eine besonders effiziente Anlage bauen und dafür brauchte er besonders effiziente Zelle. Diese Art Solarzellen sind auf dem roten Planeten im Einsatz. Mit 2003 schickte die NASA zwei Roboterfahrzeuge auf den Mars, die Terrain und Gestein des Planeten analysieren sollten. Die einzige verfügbare Energiequelle dort ist die Sonne. Doch da der Mars wesentlich weiter von ihr entfernt ist als die Erde, ist die Sonneneinstrahlung entsprechend geringer. Die NASA musste also ganz besondere Solarzellen einsetzen, um die Energieausbeute zu maximieren. Sonnenlicht besteht aus Photonen, die, je nach Wellenlänge des Lichts, bestimmte Mengen an Energie enthalten. Wenn diese Photonen auf das Silizium in einer Solarzelle treffen, schießen sie die Elektronen aus ihrer Bahn. So entsteht Strom. Doch herkömmliche Solarzellen können nur einen Teil des Lichtspektrums absorbieren. Für die Roboterfahrzeuge auf dem Mars verwendet die NASA deshalb Solarzellen mit mehreren Schichten aus unterschiedlichen Materialien. Da jede dieser Schichten Licht eines anderen Wellenlängenbereichs absorbiert, gehen weniger Photonen verloren. Das solare Spektrum wird viel besser ausgenutzt. Diese Solarzellen versorgen die Roboter mit dreimal so viel Strom wie herkömmliche Zellen. Das war genau das, was John Lessig wollte. Doch es gab noch ein Problem. Seine Spiegel bündeln das Sonnenlicht so effizient, dass zwei von ihnen ausreichen, um innerhalb von wenigen Sekunden Holz zu entzünden. Eine ganze Konzentratoreinheit verstärkt das Sonnenlicht 500-fach. Dabei kommt es zu extremer Hitze. Bis zu 1000 Grad Celsius werden erreicht. Bei dieser Temperatur könnten die Solarzellen zu einem Häufchen Asche verglühen. Die Lichtintensität entspricht eher von 500 Sonnen. Da würde sogar Stahl schmelzen. Wir müssen also die Temperatur steuern, damit die Solarzellen lange und effizient funktionieren. John Lessig's Team löste das Problem durch ein inzwischen patentiertes System, das die Wärme abführt. Es ist ein äußerst effizienter Kühlkörper, der die Zellen auf unter 60 Grad Celsius abkühlt. Ein erstes Konzentrator-Solarkraftwerk mit zehn Einheiten erzeugt seit 2003 im Bundesstaat South Australia elektrischen Strom. Unser Durchbruch war die Entwicklung eines Solarmoduls, das 1500 Mal leistungsfähiger ist als ein herkömmliches Modell gleicher Größe. Eine Konzentratoreinheit mit einem Durchmesser von 15 Metern erzeugt ebenso viel Strom wie rund 300 Quadratmeter Solarzellen konventioneller Art. Und die nächste Generation ist schon in Arbeit. Wir bauen die weltweit größte Photovoltaikanlage im Nordwesten von Viktoria. Das Solarkraftwerk soll 45.000 Haushalte in dem australischen Bundesstaat mit Strom versorgen. So können jährlich fast 400.000 Tonnen Treibhausgase eingespart werden. Wir kalkulieren einen ähnlichen Strompreis, wie ihn die Kunden jetzt zahlen. Ungefähr 10 Cent pro Kilowattstunde. In Australien herrschen ideale Bedingungen für den Einsatz von Solaranlagen. Aber was machen Länder, in denen die Sonne nicht so oft scheint? Vielleicht gibt es ja in nicht allzu ferner Zukunft die Möglichkeit, die Sonnenenergie schon im Weltraum zu gewinnen und auf die Erde zu senden. Noch ist das eine Utopie. Doch es gibt immerhin schon viele gute Ansätze, die größte Energiequelle unseres Sonnensystems zu nutzen. Wie würden sich die hocheffizienten Konzentrator-Solaranlagen auf die Modellstadt Ecopolis auswirken? Das Ergebnis der CO2-Rechnung überrascht. Es käme nur zu einer Verbesserung von 13 Prozent. Das Problem sind die Schwankungen der Sonnenstrahlung. Doch Dan Kamen ist überzeugt, dass sich Solarenergie bald besser speichern lassen wird. Die derzeitigen Batterien sind nicht besonders kosteneffizient, aber sie sind okay. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit intensiver auf die Erforschung alternativer Speichermöglichkeiten richten, lässt sich das Problem sicher leicht lösen. Sobald das Speicherproblem gelöst ist, könnten Konzentrator-Solaranlagen den durch Stromverbrauch verursachten CO2-Ausstoß auf Null senken. Die bisher vorgestellten Technologie-Kandidaten hatten ein gemeinsames Ziel. Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Der vierte Kandidat hat einen anderen Ansatz. Die Kohlekraftwerke sollen bleiben und von nun an klimafreundlichen Strom erzeugen. Zu diesem Zweck haben Wissenschaftler Verfahren entwickelt, die die CO2-Emissionen reduzieren könnten. Durch chemische Prozesse und unterirdische Lagerung soll der Klimakiller Nummer eins in einen sauberen Energieträger verwandelt werden. Für den Geologen John Caldee ist das der einzig sinnvolle Ausweg aus unserem Energiedilemma. Schluss mit Kohle? Wir haben tausende von Kohlekraftwerken, die fast unseren gesamten Strom produzieren. Sollen wir alle stilllegen? Das geht nicht. Allerdings bläst ein durchschnittliches Kohlekraftwerk enorme Mengen an Schadstoffen in die Luft. Jährlich bis zu 10.000 Tonnen Schwefeldioxid, das ein Hauptverursacher des sauren Regens ist. Außerdem rund 10.000 Tonnen an Stickoxiden, die an der Smogbildung beteiligt sind und die Atemwege schädigen können. Und nicht zu vergessen, ein einziges Kohlekraftwerk produziert fast vier Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr. John Caldee ist der Ansicht, dass wir dennoch guten Gewissens Kohle verfeuern können. Er ist dafür, das Kohlendioxid abzutrennen und in tiefen geologischen Schichten einzulagern. Die Looyang-Mine im australischen Bundesstaat Victoria ist das größte Kohlebergwerk der südlichen Hemisphäre. Das angeschlossene Kraftwerk verarbeitet täglich 65.000 Tonnen Braunkohle und produziert dabei ebenso viel CO2 wie 60 Millionen Autos. Der Physiker Paul Farren leitet das Pilotprojekt einer australischen Forschungsbehörde, die dafür sorgen will, dass kaum noch Kohlendioxid in die Atmosphäre entweicht. Dabei soll ein als Aminwäsche bekanntes Verfahren optimiert werden. Das ist eine Miniaturversion des CO2-Abtrennungsverfahrens mit allen Elementen der echten Anlage. Das Verbrennungsgas wird in Kontakt mit dem Lösungsmittel Monoethanolamin gebracht, das einen großen Teil des CO2 absorbiert, indem es eine leichte Verbindung mit ihm eingeht. Im nächsten Behälter wird die Aminlösung auf 150 Grad Celsius erhitzt, wodurch sich diese Verbindung wieder löst. Die Aminlösung wird erneut zur Wäsche eingesetzt, während das CO2 für die Endlagerung komprimiert und verflüssigt wird. Soweit, so gut. Doch dieses Verfahren benötigt Energie. Das erhöht den Kohleverbrauch des Kraftwerks und verringert seine Effizienz. Wenn man die Effizienz eines Kohlekraftwerks von 40 auf 30 verringert, braucht man 25 Prozent mehr Kohle, um dieselbe Menge Strom zu erzeugen. Paul Farren muss also die CO2-Abtrennung optimieren, sonst wird der Strom zu teuer. Er will eine besonders effektive Waschlösung entwickeln, mit der er 90 Prozent des Kohlendioxids aus dem Verbrennungsgas entfernen kann, ohne dabei viel Energie zu verbrauchen. Zu diesem Zweck führt er Versuche in einer Testanlage durch, die an das Luoyang-Kraftwerk angeschlossen ist. Es ist die Suche nach dem perfekten chemischen Cocktail. Nach Jahren des systematischen Ausprobierens ist er seinem Ziel sehr nah. Wir haben über 100 verschiedene Absorptionsmittel getestet. Ich meine, wir sind nicht weit davon entfernt, 90 Prozent CO2 abscheiden zu können, ohne die Effizienz des Kraftwerks zu verringern. Es gibt andere Verfahren, die das CO2 schon vor oder während des Verbrennungsvorgangs abtrennen, doch nicht alle Kraftwerke lassen sich entsprechend nachrüsten. Diese Technologie kann man an bestehende Kraftwerke anbauen und damit ihren CO2-Ausstoß verringern. Doch mit der erfolgreichen CO2-Abtrennung ist es nicht getan. Es bleibt die Gretchenfrage, wohin mit dem Kohlendioxid? Gewaltige Mengen müssen sicher gelagert werden. Kein leichtes Unterfangen, sollte man meinen. Doch für Wissenschaftler John Keldy liegt die Lösung auf der Hand. Der Kohlenstoff kommt aus der Erde. Wir bringen ihn dorthin zurück, wo er hergekommen ist. Das CO2 darf aber nicht wieder an die Erdoberfläche gelangen, denn dann wäre der ganze kostenintensive Prozess umsonst gewesen. Nach langer Suche fand John Keldy's Team eine Lagerstätte, die geeignet zu sein schien. Sie liegt in der Erdgasprovinz Otway Basin in Südaustralien. Knapp 2000 Meter unter der Erdoberfläche befindet sich ein ehemaliges Erdgasreservoir, das nach oben durch eine geschlossene Gesteinsschicht abgedichtet ist. Hier sammelte sich über Millionen von Jahren Erdgas an, bis es entdeckt und gefördert wurde. Es ist also ein natürlicher Speicher. Jetzt benutzen wir dieselbe Gesteinsformation, um das CO2 dort zu lagern. Und wir wissen, dass die Speicherkapazität für das CO2 ausreicht. Das also ist das Endlager für 100.000 Tonnen CO2. Eine Sandsteinsschicht mit Millionen winziger Poren, die das Gas ähnlich wie ein Schwamm aufnehmen. Die undurchlässige Gesteinsschicht darüber wirkt wie ein Deckel und hält das CO2 unter der Erde fest. Ein Team überwacht die Einleitung des Gases. John Keldy ist zuversichtlich, dass das CO2 unten bleiben wird. Sollte sich das CO2 anders verhalten als erwartet, werden wir es wissen, bevor es an die Oberfläche dringen kann. Wissenschaftler schätzen, dass es genügend unterirdische Speichermöglichkeiten für eine Billion Tonnen CO2 gibt. Die weltweiten Kohlereserven sind nicht unbegrenzt, reichen aber noch für mehr als 100 Jahre. Diese Technologie könnte eine Art Zwischenlösung sein. Wir arbeiten an einer Übergangslösung. Wir werden Kohlekraftwerke brauchen, bis genügend erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Diese Zeit wollen wir überbrücken. Darum geht es bei der CO2-Speicherung. Experten zufolge könnten Megametropolen wie Ekopolis bis 2050 auf Strom aus Kohlekraftwerken angewiesen sein. Ist die CO2-Speicherung wirklich eine geeignete Zwischenlösung? Klimaexperte Dan Kamen hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Er ist kein Freund von fossilen Energieträgern, aber die Zahlen sprechen für sich. Durch die CO2-Abtrennung und Speicherung ließe sich der Kohlendioxid-Ausstoß um 83 Prozent senken. Auch wenn wir gerne zu erneuerbaren Energien wechseln würden, unsere Wirtschaft wird noch jahrzehntelang fossile Brennstoffe nutzen. Zeit für einen direkten Vergleich der vier Technologien. Welche von ihnen kann den Megastädten der Zukunft am ehesten eine zuverlässige, nachhaltige und CO2-freie Energieversorgung garantieren? Die Städte der Zukunft werden viele Probleme lösen müssen. Doch die Versorgung mit sauberer Energie hat oberste Priorität. Wir müssen die Technologien jetzt entwickeln, denn die Zeit ist knapp. John Keldy setzt auf saubere Kohlekraftwerke. Mit der CO2-Abtrennung und Speicherung unter der Erdoberfläche lässt sich die Kohlendioxid-Bilanz immerhin um 83 Prozent verbessern. Doch Dan Kamen ist skeptisch, was den Einsatz fossiler Energieträger betrifft. Die CO2-Abtrennung ist eine schwierige Gratwanderung, denn sie lässt sich nicht überall einsetzen. Und die Abhängigkeit unserer Wirtschaft von fossilen Treibstoffen könnte wachsen, obwohl wir zu erneuerbaren Energiequellen übergehen wollen. Der kanadische Erfinder Jim Rowan hat eine Windturbine für Häuserdächer entwickelt. In Städten eingesetzt, würde der Windgenerator nur eine geringfügige CO2-Ersparnis bewirken, was aber nichts an der grundsätzlichen Bedeutung von Windenergie ändert. Mir gefällt diese Idee an sich sehr gut. Nur bezweifle ich, dass sich der Einsatz von lauter kleinen Windgeneratoren bezahlt machen würde. In städtischen Gebieten ist der Windertrag einfach nicht sehr groß. Gleich fällt die erste Entscheidung. Sowohl die CO2-Abtrennung als auch die Windturbinen müssten die Umweltbilanz von Ecopolis deutlich verbessern, um im Rennen zu bleiben. Wir haben so große Energieprobleme, dass ich nur ungern auf eine der Technologien verzichte. Von der CO2-Abtrennung und der Windturbine werde ich mich aber wegen ihrer Nachteile verabschieden müssen. Jetzt bleiben nur noch zwei Verfahren. Die Konzentrator-Solaranlagen und die Kernfusion. Der Australier John Lassig bastelte vor 30 Jahren seine ersten Solarzellen in der Garage. Jetzt baut seine Firma Solaranlagen, die ganze Gemeinden mit Strom versorgen. Allerdings lässt sich die Sonnenenergie noch nicht effektiv speichern. Deshalb ist die CO2-Esparnis mit 13 Prozent eher bescheiden. Wenn Solaranlagen in Zukunft einen Großteil unseres Strombedarfs decken sollen, müssen sie die Energie speichern können. Die Batterien müssen also besser werden. Sobald es leistungsfähigere Batterien gibt, kann die CO2-Esparnis durch Solaranlagen auf 100 Prozent steigen. Die Kernfusion hat dieses Problem nicht, weil sie die Energie der Sonne nicht nutzt, sondern selber erzeugt. Professor Chris Llewellyn-Smith und sein Team sehen sie als unerschöpfliche Energiequelle und treiben ihre Entwicklung voran. Die Kernfusion birgt allerdings große Risiken. Noch ist sie lediglich ein Experiment, das mehr Energie verbraucht als erzeugt. Doch die Wissenschaftler glauben, dass sie 2050 einsatzbereit sein wird. Und die CO2-Esparnis liegt immerhin bei 100 Prozent. Dan Kamen ist dennoch skeptisch. Das Problem mit der Kernfusion ist ihre zeit- und kostenaufwendige Entwicklung. Es ist ein Warbonk-Spiel. Sie soll uns frühestens 2040 oder 2050 zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir uns jetzt für diese Technologie entscheiden, bleibt die Frage, ob sie einsatzbereit ist, wenn wir sie brauchen. Da bin ich mir nicht sicher. Sowohl Solaranlagen als auch Kernfusionsreaktoren könnten die Megastädte der Zukunft mit CO2-freier Energie versorgen. Gleich wird sich zeigen, welche der beiden Technologien das Rennen macht und die Modellstadt Ecopolis in eine umweltfreundliche Vorzeigestadt verwandelt. Ich entscheide mich nur ungern für eine von beiden. Doch es kann nur einen Sieger geben. Ist es die Solarenergie oder die Kernfusion? Da nur eine Technologie gewinnen kann, entscheide ich mich für die Solarenergie. Eine fantastische Ressource. Jede Sekunde kommt tausendmal mehr Energie auf der Erde an, als wir weltweit verbrauchen. Das ist der Sieger. Mit der Sonne als Energielieferant bietet die Modellstadt Ecopolis ein ganz anderes Bild. Die Zeit fossiler Brennstoffe ist vorbei. Hunderte höchst effizienter Solaranlagen folgen dem Lauf der Sonne und wandeln ihre Energie in Strom um. So könnten die Megametropolen von 2050 ihren Bewohnern eine lebensfreundliche Umwelt bieten. Sonnige Aussichten für zukünftige Generationen. Da ist der Sieger, die Mahlzeit bei einem kleinen Anbieter.